so haute freunde da haben wir wieder zwei boppels markiert wo gehen wir jetzt hin keine ahnung niemand weiß wo wir hingehen nehmen wir dahin das ist halt immer die scheiße mit random mails was hier keiner gelandet das kann ich mir gar nicht vorstellen die land doch immer alle sonst ich würde gerne mal durchluten hier ist ja gleich der shop vielleicht kriegt man hier sogar schon ein bisschen kohle zusammen wenn wir hier sind bin ich eh gleich tot geld nehmen wir natürlich auch mit money 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 und dann haben wir schon fast genug kohle fürs lookout gucken wir mal hier ist die etage was hier noch so für uns bereitgestellt haben hier ist echt keiner wo sind sie denn so und dann haben wir eigentlich geld genug das nehmen wir dann mit ich nehme jetzt mal wieder im sechsten mit schon lange nicht mehr bei gehabt so leute wenn er loadout haben wollt dann kommt er hier und bedient euch da kommen sie doch wie die lemminge oh gott da kann ich ja gleich noch mal irgendwas anders holen auch ihr seid das gott jetzt brauchen wir noch eine drohne könnten wir holen gut gehen wir erst mal wieder rein hier die jungs sind schon auf dem weg gut gehen wir mit unten sind sie dachte oben kann ich sein ernst seine ja genau hör auf also gefühlt habe ich dann ja wesentlich mehr schaden zugefügt so geil ist was man wieder alles gehabt und alles verloren ich glaube ich lande erst mal direkt hier ich weiß nicht oder sich hoch bei meiner waffe soll ich es fragen ich probiere es einfach ähm Das ist so schlecht. Meine eigene Mine. Der mit dem Heli, warte mal, der ist hier rüber geflogen. Dann sind sie jetzt da, wo wir gestartet sind quasi. Gehen wir zu den anderen. Ich sehe mich schon wieder alleine in der Ecke totliegen sonst. Oh, da ist ja noch einer. Ich denke, nur hier über uns ist einer. Ja genau, der ist sowas von K.O. gewesen. Der Kollege. Das geht ja gar nicht, Alter. Das geht ja gar nicht. Ach, der wurde von der Seite weggesnipert. Also der war ja sowas von K.O., der Typ, ey. Mann, ey. Mann, 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 ey. So, ich werde eh zurückgekommen. Na gut. Wer ist da zum Loadout oder was? Oh, kommt nicht ins Wasser. Ich probiere es mal mit der Stoner. Komm, hier liegt ja auch noch ein eigenes FFR. Und wo snipen sie denn? Oh ja, den behalte ich jetzt halt, äh, hier ist nur die FFR. Wo sind denn die, die seit Seiten waren, ey? Keine Ahnung, kann sowieso nicht snipen, ich nehme die FFR mit. Ah, ich weiß nicht, wo sie sind, ne? Ah, ich... Hm, hm. Keine Ahnung, von wo die kommen jetzt irgendwie so richtig. Wenn man 70 Schuss habe ich irgendwo, ey. Achtung, verbündeter Präzisionsvorschlag im Anflug. Ich brauche Panzerplatten. Ich brauche Panzerplatten. Die brauche Panzerplatten. Die plappen wäre noch nicht verkehrter. Ja. Kommt, Jungs, ein paar Platten habt ihr doch noch, oder? Mann, jetzt komm da durch die Tür durch, du Arschloch. Ja. Oh, Hangeschritt außenrum. Das klingt, glaub ich, auch nicht so dumm. Ich habe keine Muni, Alter. Ich muss an die Leiche ran. 13. Hm, auch nicht verkehrt. Das ist ein Präzisionsdumschlag im Anflug. Das Gas kommt nicht an. Die Munde wird markiert. Dann weitergehen. Der Wien eingesetzt. Es sind weniger als zehn Feinde. Das Gas, ich habe das völlig verplant jetzt. Nein. Ich habe das Gas voll vergessen. Voll, voll vergessen das scheiß Gas, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, ich war sowieso voll, voll verloren irgendwie hier am Ende, ey. Ich bin herumgerannt. Ich habe nicht mehr gewusst, wo hinten und vorne ist. Ich bin sicher, ey. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann. Mann.